Musik Ja, grüß euch beinahend. Heute sind wir in der Hinterstuhl herinnen und wir gehen heute zum Ski der Weyer zurück. Es soll eine recht klasse Wanderung sein, eine Rundwanderung, je nachdem. Es ist eigentlich ganz leicht zum Gehen, es ist ja überhaupt kein Höhenanstieg dabei, also eine gemütliche Wanderung. Ja, in Dadi-Song schaut einfach mit und genießt einfach die Aufnahmen bzw. die schönen Naturtoten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fisch. 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 So viel zu eben. Amen. Ja, ich hoffe, der kleine Ausflug da auf den Schilderweyer hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und selber nicht vergessen. Dankeschön, tiert euch, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.